Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Trophäen-Video. Das Untitled Goose Game hat eine ganze Reihe versteckter Trophäen und eine davon ist garstig. Jagd dem Jungen auf der Hauptstraße mit eurem Geschnatter eine Heidenangst ein und positioniert ihn in der Nähe der Pfütze. Öffnet seine Schnürsenkel, jagt ihn schnatternd zur Pfütze und zeigt ihm so, wie garstig eine ganz wirklich sein kann. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen, dann lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin eure kleine Isa von Feel Free To Play.